Wenn es um eine gute Sache geht, dann sind die Lions und Rotaria gemeinsam am stärksten. Im Stadttheater Mödling wurde für eine schwerkranke Mödlingerin gesammelt. Die Kooperation mit den Lions ist dadurch entstanden, dadurch dass wir beide im Bezirk sehr aktiv sind, was soziales Engagement betrifft, was gesellschaftliche Verantwortung betrifft. Und uns geht es darum, durch Charity-Veranstaltungen wie dieses Soiree hier Geld aufzustellen und sehr unbürokratisch zu helfen. Das heißt, dort zu helfen, wo die öffentliche Hand versagt, dort wo Krankenkassen nicht einspringen, dort relativ unkompliziert zu unterstützen. Und das verbindet uns mit den Lions. Und deswegen war es uns auch ein Anliegen, hier eine gemeinsame Veranstaltung einmal auszurichten. Charity-Veranstaltungen wird veranstaltet für eine Mödlingerin, die an einem Locked-In-Syndrom leidet und dadurch nicht mehr fähig ist, mit der Umwelt zu kommunizieren. Und der Reinerlös wird hier gespendet für die Anschaffung eines PCs, mit dem sie also ihre Bedürfnisse gegenüber der Umwelt in irgendeiner Form artikulieren kann. Ich kenne das Schicksal dieser Dame, weil ich ja mit der Familie sehr verbunden bin und deshalb auch eine persönliche Betroffenheit, wo wir auch versuchen, im privaten Rahmen, aber auch im Rahmen der Gemeinde etwas zu helfen. Es gibt immer wieder Notfälle, die man unbürokratisch und unter vier Augen bereinigen kann, mit Spenden. Man macht zusammen eine große Veranstaltung, die wieder Geld hereinbringt. Es wird auch in Ihrer Aufgabe heute sein, viel Geld aus den Katschen der Gäste zu entlocken. Sie machen mich noch nervöser. Also ich hoffe, es gelingt uns und drücken Sie uns die Daumen, dass alles gut läuft. Seither sind vergangen fast 2000 Jahre und noch immer ist die Welt voller Gefahr. Noch immer ist heil als Liebe und Spruch, kaum mehr als der Buchstab im Heiligen Buch. Und gegen den Frieden, der war verkündigt, wird immer noch gepflegelt und gesündigt. Was hat Sie denn bewogen, gratis aufzutreten und hier wunderbare Gedichte vorzutragen? Wir wurden von einem Mitglied des Lions Clubs eingeladen und nachdem uns Jerry, die eine Leidenschaft, ein Anliegen ist, haben wir diese Einladung angenommen. Ich habe die Frau Kamerschauspielerin gebeten, ob sie so lieb ist, das mit mir macht. Und sie war so lieb und auf diese Art sind wir hierhergekommen. Ich habe die Frau Kamerschauspielerin gebeten,